Wir von der AGE Praxis für Handtherapie unterstützen Menschen jeden Alters, die aufgrund von Verletzungen, Erkrankungen oder entwicklungsbedingter Probleme an den Händen mit Handlungsschwierigkeiten im Alltag konfrontiert sind. Den Therapieverlauf gestalten wir gemeinsam mit Ihnen auf der Basis 20-jähriger Erfahrung. Mit bewährten und modernen Behandlungsmethoden, so zum Beispiel die Laser-, Elektro- oder Ultraschalltherapie, begleiten wir Sie auf dem Weg zu Ihrer bestmöglichen Handlungsfähigkeit. AGE – Arbeitsgemeinschaft Ergotherapie und zertifizierte Schwerpunktpraxis für Handtherapie.